Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn in diesem Video geht es darum, was ein Morph ist. Den Begriff Morph, den verstehst du am besten, wenn du schon weißt, was ein Morphem ist. Denn die Begriffe Morph und Morphem, die sind eng miteinander verbunden. Zum Begriff Morphem habe ich bereits ein Lernvideo erstellt, das ich hier oben in der Infobox und unten in der Videobeschreibung für dich verlinkt habe. Du kannst es dir gerne schon einmal ansehen, wenn du den Begriff Morphem noch nicht kennst. Da legen wir los. Ein Morph ist im Gegensatz zu einem Morphem konkret. Wenn du ein Wort wie Haferschleim liest, dann erkennst du darin, dass Morphschleim, das die Realisierung des abstrakten Morphemes, Schleim ist. Übrigens, Morphe und Morpheme werden in geschweiften Klammern. So, notiert. Ja, Chapeau, wenn du das direkt verstanden hast, weil der Unterschied zwischen Morph und Morphem, der ist wirklich ein bisschen verzwickt. Ich habe jetzt drei unterschiedliche Erklärungsansätze für dich, die den Unterschied zwischen Morph und Morphem verdeutlichen. Zunächst Erklärung 1. Stelle dir ein Morphem als ein Morph im Kopf vor. Man kann ein Morphem nicht sehen. Es ist eine abstrakte Einheit. Ein Morph dahingegen ist konkret. Es ist die Form eines Morphems. Du kannst es gedruckt oder digital sehen. Oder du kannst die einzelnen Laute hören. Also ein Morph ist konkret und ein Morphem dahingegen abstrakt. Ist jetzt schon ein bisschen deutlicher, was ein Morph ist. Aber wenn nicht, kommt jetzt die zweite Erklärung. Ein Morph ergibt zusammen mit seiner Bedeutung ein Morphem. Es gilt also vereinfacht folgende Formel. Morph plus Bedeutung ergibt Morphem. Das kann man mit dem sprachlichen Zeichen vergleichen. Mein Video dazu kannst du hier über den Link direkt aufrufen. Ein Morph ist also die Ausdrucksseite des sprachlichen Zeichens und zusammen mit der Inhaltsseite, also der Bedeutung, ergibt es das Morphem. Das gesamte sprachliche Zeichen also. Und jetzt kommt eine Erklärung, die mir persönlich immer sehr gut geholfen hat, den Unterschied zwischen Morph und Morphem zu verstehen. Also, los geht's, Erklärung 3. Das Wort Flaschen besteht aus zwei Morphemen. Einmal das Morph, Flasche, das für das Morphem, Flasche, sieht genauso aus, also alle Objekte des Typs Flasche steht. Und das Morphem, das für den Plural steht. Wenn man also fragt, aus welchen Morphemen das Wort Flaschen aufgebaut ist, dann antwortet man Flasche, Plural. Wenn man im Gegensatz dazu aber fragt, aus welchen Morphen das Wort Flasche aufgebaut ist, dann sagt man Flasche, bezieht sich dabei aber nur auf die Form und die Form N. Also man sagt dann nicht Plural, weil das ist die abstrakte Einheit, sondern die konkrete Form N, denn ja, die ist konkret, das ist das Morph. Plural ist ein abstraktes Konzept, passt also zum Begriff Morphem. N ist konkret, passt zum Begriff Morph. Wenn du den Unterschied zwischen Morph und Morphem verstanden hast, dann werden auch andere Begriffe aus der Linguistik deutlich. Lass uns dazu eine Runde Teekesselchen spielen. Kennst du das Spiel? Und zwar, mein Teekesselchen ist ein Nadelbaum. Mein Teekesselchen bewegt sich beim Sprechen. Gesucht ist also ein Wort, auf das beide Aussagen zutreffen. Druck kurz auf Pause, schmuck kurz zurück, wenn du selber rätseln möchtest, denn jetzt kommt die Antwort. Achtung! Gemeint ist in beiden Fällen Kiefer. Das Morph, Kiefer, trägt also mehrere Bedeutungen. Denn es gibt keine 1 zu 1 Beziehung zwischen Morph und Bedeutung. Man spricht dann auch von Polysemie bzw. Homonymie. Die passenden Videos dazu, die findest du unten in der Videobeschreibung. Obwohl man also zwischen Morphen einerseits und Morphemen andererseits unterscheidet, wird in der Praxis häufig nur von Morphemen gesprochen. Nun sagt man nämlich, dass das Wort Kaufst aus den Morphemen Kauf und St aufgebaut ist. Eigentlich handelt es sich hierbei aber um Morphe, da es um die konkrete Form geht. Kurz zusammengefasst, ein Morph ist im Gegensatz zu einem Morphem konkret. Die Einheit von Morph und Bedeutung heißt dahingegen Morphem. Wenn du keine Videos mehr von mir verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Dazu einfach hier auf das Kanal-Symbol klicken. Ein Video, das du bestimmt auch interessant finden wirst und das gut an das Thema Morph anschließt, das ist dieses Video hier zu den freien Morphemen. Ich habe es direkt hier verlinkt. So, dann würde ich sagen, viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.